Wer sich fangfrische Meeresbewohner gerne auf der Zunge zergehen lässt, der sollte unbedingt die Hafenstadt Wiedesande besuchen. Die Stadt an der dänischen Westküste ist umringt von Wasser. Auf der einen Seite Fjord, auf der anderen Nordsee. Beste Bedingungen also, um Frischfisch direkt am Kutter zu kaufen. Aber Wiedesande hat nicht nur im Wasser was zu bieten, auch auf dem Wasser ist was los. Jede Art von Wassersport und Surfen wird entweder auf dem Ringköbingfjord oder der Nordsee betrieben. Mit dem Wakeboard hoch übers Wasser fliegen ist da nur ein Beispiel. Wer sich traut, kann noch höher. Schlappe 228 Stufen führen über Dünen und Treppen hinauf zu Dänemarks höchstem Leuchtturm, dem Lingwig-Leuchtturm. Hier kann das besondere Licht des Norden skaniert mit einer tollen Aussicht genossen werden. Und zum Genießen, genau, gehört auch Essen. Wie wäre es mit Seeteufel im Bacon-Suit von Grill?